Ok, ich darf noch mal anfangen. Ähm, genau. Äh, worum es eigentlich geht. Hey Leute, übrigens, äh, ich bin heute gerade ein bisschen durch den Wind, weil mich ein Artikel nicht in Ruhe lässt. Ich lese mal vor, es ist Dienstagmorgen, kurz nach 8 Uhr. In den meisten Räumen der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Westfälischen Lünen wird unterrichtet, als es so umfassbar in einem der Fluren geschieht. Ein wartender 15-Jähriger zückt ein Messer und steht auf einen 14-Jährigen Mitschüler ein, der bricht zusammen und stirbt. Der 15-Jährige-Alte-Jugendliche ergreift die Flucht und wird wenig später an einem nahen Kanal gefasst, beide Jugendliche sind Deutsche. Falls jetzt wieder irgendwelche Professoren kommen, sagen, ja, es waren sich Ausländer. Nein, es waren, wie vorgelesen, zwei Deutsche. Ich meine, ihr schimpft so viel über die Leute, die aus dem Irak, Iran oder sonst wo kommen und sagen, ja, die nehmen uns Arbeitsplätze weg und bla bla bla. Was für ein Schwachsinn, bitte. Es gibt Leute, die haben keinen Bock zum Arbeiten, die möchte ich am liebsten Stiefel. Ja, und da gibt es wieder Leute, die können einfach nicht arbeiten, weil die Stellen immer noch mit Leuten vorgepackt ist, die eigentlich schon längst in Rente gehören. Ja, so wie Lehrer. Es gibt genug junge Leute, die Lehrer studiert haben oder sind gerade dabei zu studieren oder vielleicht schon fertig sind. Und was ist mit euch? Ich spreche jetzt mal die jüngere Generation an, ja, ich gehöre leider selber nicht mehr dazu, aber was ist mit euch los? Seid ihr jetzt komplett behindert oder was? Ihr könnt ja nicht einfach so Leute abstechen, sag mal. Also, als ich Teenager war, war für mich das schon ziemlich scheiße, dass ich Zigaretten geklaut habe. Ja, okay, ich gebe es zu, ich habe geklaut, aber ich habe niemanden dafür umgebracht. Und schon gar nicht, wenn, äh, schon gar nicht, wenn, 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 ach, klar bin ich auch nicht gerade begeistert, wenn jemand meine Mama angeht, aber, Mann, das kann man mit Worten regeln, okay? Aber anscheinend noch nicht mal das kriegt ihr hin. Mit einem Messer, wie feig ist das, ey? Ich hoffe, dass du definitiv. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in Österreich ist mir 14 schon strafmündig. Ich hoffe, dass du definitiv ein paar Tage in der Hölle erschmorst. Ein paar Tage, ein paar Jahre. Weil du hast der Mutter ihren Sohn genommen, ihren Vater, den Sohn, für eine banale Sache. Er hat deine Mutter nicht beleidigt, er hat sie nur, weiß ich nicht, in dem Artikel steht, provozierend angeguckt. Und, ich weiß, wie viele Leute ich jeden Tag irgendwie angucke und die das auch, keine Ahnung, wie die verstehen. Und da musst du voll vorsten, ich weiß nicht, ob du das Video jemals sehen wirst, ich hoffe, dass du siehst. Da musst du kleines Pissarschloch, ja? Für dich habe ich einfach keine Worte. Irgendein anderes Leben auslöschen, nur weil, weil, weil der deine Mutter komisch angeguckt hat, oder das mit den Challenges, Leute, ihr habt doch wohl komplett, also echt, sowas soll, solche Leute sollen wir aufbauen, solche Leute sollen unsere Zukunft sein, mit irgendwelchen beschissenen Challenges, nur um in den Trends zu landen, bei YouTube. Und früher war es wichtig, dass man mit seinen Freunden was unternimmt, dass man ins Kino geht, dass man das und das und das und das macht. Aber ihr Challenges machen, Koma saufen, mit elf oder zwölf schwanger werden, sagt mal, habt ihr es komplett, äh, jetzt? Leute, wenn es echt so weitergeht, dann brauchen wir keinen Trump, da brauchen wir kein Kino, Un oder sonst irgendwen. Dann implodiert die Welt von selber. Und wir bringen uns alle bald gegenseitig um. Weil wenig, weil anscheinend, es sind ja Likes und, äh, ähm, Challenges jetzt wichtiger als irgendwas anderes. Leute, ich verabschiede mich jetzt, weil sonst rege ich mich noch mehr auf. Ähm, das Video wird wahrscheinlich keinem gefallen. Ähm, trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr es weiter empfehlt und liked, teilt und... Slovenian. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüü